Hast du dich jemals gefragt, warum deine Haut manchmal schlaff aussieht? Oder warum du Zellulite hast, egal wie viel du trainierst? Die Antwort könnte in deinem Bindegewebe liegen. Bleib dran, um herauszufinden, wie du dein Bindegewebe nähren und stärken kannst, um deine Haut zu verbessern und dich jünger zu fühlen. Mein Gast heute ist der renommierte Arzt Karl Hartner. Hallo Karl. Hallo Unkers, freut mich für die Einladung. Vielen Dank. Wir wollen heute über eines meiner absoluten Lieblingsthemen sprechen und das ist das Bindegewebe. Das Bindegewebe, was ist so dein Interesse an dem Thema? Und das ist so etwas, was natürlich mit Schönheit assoziiert wird, aber was ist es denn noch? Denn mein Interesse am Bindegewebe ist in erster Linie Gesundheit und erst in zweiter Linie natürlich das Aussehen. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Und ich meine, ich glaube, Goethe sagte schon, wie innen so außen oder auch wie außen so innen. Das ist auch die Antlitz-Diagnostik, die ich ja auch schon lange mache. Wir sehen ja häufig bei Menschen, auch in unserem privaten oder beruflichen Umfeld, ja, der sieht es aber schlecht aus heute. Er ist ein bisschen faltiger geworden oder zerknittert oder hat schlechte Hautfarbe. Und da kann man natürlich auch auf das Innere schließen. Und da spielen natürlich ganz viele Faktoren eine Rolle. Die Ernährung der Darm, auch die Darm-Schleimhaut und die Haut dann selbst spielen einen großen Zusammenhang. Und natürlich die Mikro- und Makronährstoffe in absolut der Basismedizin, die lebensnotwichtigen Substanzen, bis hin natürlich auch in die naturheilkundlichen, pflanzenheilkundlichen Geschichten hinein, die hier eine große Rolle spielen. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Erklärung. Was ist genau das Bindegewebe? Da gibt es ja diverse Begriffe, die auch so ein bisschen sich überblenden. Da ist von Faszien die Rede. Da gibt es Pischinger-Raum. Was passiert im Bindegewebe Richtung Stofftransport, überhaupt Transport hin und zurück von den Zellen? Erklären Sie doch mal so ein bisschen auf, warum das so ein faszinierendes Gewebe eigentlich ist. Oder woraus besteht das auch? Gut, wir haben die Haut und dann haben wir das subkutane Gewebe, das unter der Haut liegt, das ist auch häufig dann aufgepolstert mit Depotfett. Das sieht man dann auch, kann auch im Gesicht sein. Und wir haben, du hast den Pischinger-Raum erwähnt, dass die Matrix ist ja zwischen Zellraum, der extrazelluläre Raum. Und wir müssen schon mal ganz von vornherein wissen, dass keine Zelle eine andere Zelle berührt. Da gab es, dass Hautzellen sind und andere Zellen im Körper. Kein Blutgefäß, auch wenn es Kapillargefäße sind, die Bluthaargefäße, berühren eine Zelle. Wir haben immer einen Raum dazwischen. Das hat Professor Pischinger aus Österreich mal herausgefunden vor vielen Jahrzehnten. Und da müssen auch erst mal durch die Blutgefäße, müssen die Nährstoffe und auch der Sauerstoff zu den Zellen transportiert werden. Ich sage immer, das sind die Straßen einer Stadt und die Häuser sind dann die Zellen. Und da muss dann das Transportfahrzeug hin und muss dann parken und dann an die Zellen, an die Häuser liefern. Das sind dann zum Teil ganz, ganz enge Straßen und die müssen auch frei sein. Da darf auch nichts kaputt sein, rechts oder links, also dass da irgendwelche Entzündungen da wären in den Gefäßen. Die Fahrzeuge dürfen nicht zu groß sein, also die roten Blutkörbchen, die den Sauerstoff transportieren, der extrem wichtig ist, Sauerstoffversorgung. Die sind häufig zu groß für die Straßen, für die Kapillaren, weil sie überaltert sind, weil sie übersäuert sind, weil es Geldrollen-Phänomene gibt durch eine Übersäuerung oder durch andere Geschichten. Also da gibt es dann schon sehr viel mal im Vorfeld zu beachten. Also ich bringe es mal auf den Punkt, Sauerstofftransport, der roten Blutkörbchen, aber auch die Nährstoffe selbst, die das Blut dann verteilt an die Zellen. Und es muss natürlich auch ankommen in den Hautzellen, Haarzellen, auch für gesunde Haare und Nägel. Und da braucht man natürlich auch wiederum bestimmte Nährstoffe, nicht nur den Sauerstoff, sondern auch bestimmte Nährstoffe, die für die Haut wichtig sind. Einige kennen die Zuschauerinnen und Zuschauer sicher schon wie Biotin und Zink zum Beispiel, aber es gibt natürlich deutlich mehr. Ja, da muss auch der Darm dann funktionieren. Wir haben eine Darm-Blutschranke im Darm wieder. Der Darm muss funktionieren, dass die Nährstoffe aufgenommen werden können. Viele haben schon große Mikrobiom-Probleme, Darmprobleme. Und man muss natürlich die Nährstoffe auch essen in einer guten Qualität. Da haben wir auch wiederum Probleme. Und das testen wir ja seit ganz, ganz vielen Jahren im Labor. Die ganzen Geschichten, alles das, was ich gerade genannt habe, testen wir im Labor. Von der Begriffsschärfe her, Pischinger-Raum, extrazelluläres Gewebe, Bindegewebe, Faszien, wo fängt das eine an, wo hüpft das andere auf? Oder ist das das Gleiche? Das Gleiche ist es nicht. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich meine, Faszien sind wieder eine Gewebstruktur, die sich um Gewebe, also Muskulatur zum Beispiel, da ist es bekannt, herumgehen und die zusammenhalten. Und die können natürlich auch verhärten. Genauso wie die Haut verhärten kann, dann wird das Ganze hier faltiger. Es muss ja immer eine Elastizität da sein. Und überall dort, wo eine Verhärtung ist oder das Gewebe, sage ich es mal ganz im Allgemeinen, härter wird, starrer, da ist natürlich eine Übersäuerung auch da. Oder eine toxische Giftbelastung, kann man auch sagen, das ja auch in eine Übersäuerung führt. Und es gibt da häufig, man sieht das bei älteren Menschen, aber immer häufig auch bei jüngeren, die stehen dann so auf, so und dann müssen sie erst mal so ein bisschen sich bewegen, dass sie in Fahrt kommen. Und die sind dann richtig starr schon geworden und unflexibel. Die Elastizität ist extrem wichtig. Und es hat halt unter anderem im Lymphsystem, im extrazellulären Raum zu tun, mit den Faszien, aber auch mit den Muskeln, mit den Bändern und Sehnen. Die Sehnen setzen ja dann am Knochen an, das sind die Muskeln, die dann da entspringen. Und wie gesagt, auch die Haut spielt eine ganz große Rolle. Die Haut, da braucht man ein gutes Bindegewebe. Ich sehe das immer, wenn ich reinsteche. Ich steche auch mal in die Gesichtshaut, aber auch natürlich, wenn ich Infusionen lege oder Blut abnehme, wie stabil die Haut ist. Bei manchen komme ich kaum durch, bei manchen geht es wie durch Butter durch. Und dann gibt es da auch noch solche Geschichten, da kann man auch mal selber, jeder selber mal gucken. Man kann hier einfach mal sich so einen Hautlappen wegziehen, unter dem Auge oder vielleicht auch hier am Handrücken. Eine Hand, genau. Genau, und das muss ja sofort zurückgehen, da darf gar nichts bleiben. Und bei vielen bleibt das stehen. Zack, weg. Ja, und das sollte, da ist dann immer, das ist dann schon zu sehen, da ist eine Übersäuerung, da ist ein Flüssigkeitsmangel. Viele sind komplett dehydriert, die trinken zu wenig. Die Flüssigkeit kommt nicht an, sie trinken die falsche Flüssigkeit. Das hat auch wieder mit der Ernährungsmedizin zu tun. Und das sind die ganzen Hintergründe, um das mal ganz einfach zu erklären. Und dann haben wir natürlich die bestimmten Strukturen in der Haut, wenn es heute um die Haut geht. Wir haben, wie gesagt, die Haut selbst, die unter anderem aus Keratin besteht. Da haben wir auch wieder auch Substanzen, die wir für das Keratin brauchen, kann ich nachher noch erzählen. Und wir haben, und auch für die Haare und für die Nägel, wir haben das subkutane Gewebe und das subkutane Fettgewebe kommt dann, das sind dann die Unterhautstrukturen. Und es ist häufig so, zum Beispiel bei einer Zellulite oder Zellulitis, sagen auch viele, also Orangenhaut, da ist das subkutane Gewebe unter der Haut schon übersäuert, einfach mal, oder auch toxisch belastet. Tatsächlich, da sind Toxine drin, da können Schwermetalle sein, Pestizide, ähnliches. Und da versucht die Haut sich dann, das subkutane Gewebe sich zu reparieren. Dann gehen die Kollagenstrukturen kaputt und dann bildet sich Narbengewebe, das ist ein Reparaturmechanismus. Und es gibt dann die Dellen in der Haut, da muss man da auch in erster Linie mal entsäuern und entgiften und die nötigen Mikronährstoffe da reinbringen und dann kann man das im Laufe der Zeit doch deutlich verbessern. Okay, also was ich jetzt mitgenommen habe und auch selber gerne wirklich transportieren möchte, Bindegewebe, dieser, ich sag mal, Überbegriff für Gewebestrukturen, die wir sozusagen haben, die um unsere Organe, um unsere Zellen herum sich befindet, ich mach das einfach mal als Überbegriff, ist ein Ort, der nicht nur für gutes Aussehen sorgt, sondern wir können quasi, du sagst das so wie außen, auch innen, wir können quasi auch schon an der Haut so ein bisschen ablesen, was passiert denn eigentlich im Inneren, denn die Haut ist ja ein Organ und so kann man schon ohne irgendwelche Messinstrumente sozusagen eine Antlitzdiagnose beim Anschauen schon, kann man ja, das kennt ja auch vielleicht jeder aus der eigenen Anschauung sozusagen, aus der eigenen Erfahrung, kann man einen Rückschluss darauf ziehen, wie gesund ist jemand. Wenn jemand wirklich toll gesund aussieht, dann sagt das auch was aus über den Organstatus. Und das Bindegewebe ist einfach ein Ort, der Stoffe transportiert und zwar reichlich. Sauerstoff hast du erwähnt, also ganz essentiell, alle Mikronährstoffe müssen transportiert werden zu den Zellen, Stoffwechselendprodukte müssen abtransportiert werden. Also das ist ein, wenn ich hier, wenn ich hier ein Problem habe, dann habe ich ein Problem in jeder einzelnen Zelle meines Körpers und wenn das chronisch ein Problem ist, dann habe ich natürlich auch eine Versorgungsproblematik chronischer Art und Weise und keine Ahnung, man kann sich mal vorstellen, in der Stadt, wenn ich einen bestimmten Stadtteil über Jahre lang nicht mehr mit Wasser versorge und die Abwasserentsorgung nicht mehr vernünftig funktioniert, wie es dann da aussieht oder was es das für Konsequenzen hat für das Leben dort. So kann man es sich vorstellen. Ja, das heißt, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt in der Gesundheit sozusagen des Menschen und es ist für mich etwas, wo ich seit Jahren auch einfach für mich selber viel für tue, also zumindest den Test, den bestehe ich, glaube ich. So sieht es auch gut aus. Das ist eine sehr gute Antisdiagnostik, sage ich mal. Naja, gut. Ich könnte noch jünger aussehen, wenn ich nicht die ersten 40 Jahre meines Lebens alles gegen meine Gesundheit getan hätte. Sex and Drug and Rock and Roll war da die Maxime. Aber nichtsdestotrotz, beim Bindegewebe kann man nicht meckern bei mir, aber ich tue auch viel dafür. Ich isse seit Jahren Knochenbrühe und vieles andere und nehme alle Mikronährstoffe ein, die es dafür braucht. Und da wollen wir heute auch ein bisschen noch drüber sprechen. Was sind es dann für, da hast du schon so ein paar Andeutungen gemacht, du hast gesagt Substanzen, die man braucht, zum Beispiel für Keratin, die Haut. Was sind denn so, lass mal irgendwo anfangen, so die Dinge, die du siehst als Arzt, die im Mangel sind und die es braucht als Baustoffe dafür, dass man überhaupt ein gutes Bindegewebe bekommt. Genau. Also sehr gut. Also erstmal noch ganz kurz für alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier, wenn sie sagen, aber der Karl, der sieht aber heute blass aus. Ich sitze hier in meinem Urlaub zu diesem Zeitpunkt auf einem Campingplatz. Und wir haben das mit dem Licht nicht besser hingekriegt. Also so bleich, wie ich sehe es gerade, bin ich nicht. Also immer so, dass hier noch jemand sagt, was erzählt er hier, das sieht er selber ganz bleich aus. Nein, so ist es nicht. Wir haben es nur mit der Kamera nicht besser hingekriegt. Das war das Erste. Das Zweite ist, wir oder ich oder wir in unserer Praxis, wir haben ja auch mehrere Ärzte zusammen, testen natürlich im Labor. Also und dann sehen wir es mal schwarz auf weiß. Und da sehen wir halt häufig dann wirklich Mängel, Mängel, Mängel. Und korreliert das, wenn man jetzt zum Beispiel, du hattest gesagt, manche Menschen haben ganz dünne Haut zum Beispiel oder halt eben Zillulite. Und diese Geschichten kann man da Korrelationen dann auch finden, dass man sagt, okay, wenn wir dann mal nachmessen, dann sieht man auch ganz klar, dass hier einfach Strukturbaustoffe fehlen. Ja, genau, genau. Sehr, sehr gute Frage. Also es ist so, dass wir tatsächlich eine Konstitution haben. Also wie stabil sind wir geboren mit unseren Genen? Und ein Gen sollte man auch tunlichst dann nicht rumfummeln, indem man zum Beispiel genmanipulierte Soja isst. Das finde ich auch nicht so toll. Also muss man auch auf die Ernährung dann achten. Unsere Gene können sich aber im Laufe des Lebens auch verändern. Das nennt man dann Epigenetik. Durch toxische Belastungen zum Beispiel oder falsche Ernährung, Stress, können sich Gene auch abschalten oder wir kommen schon mit abgeschaltenen Genen auf die Welt. Das ist dann unsere Konstitution. Die kann sich aber im Laufe des Lebens auch verändern. So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Grundsubstanzen. Man kann es mit dem Auto vergleichen. Der eine wird, ich will es keine Autonamen nennen, aber es gibt ja irgendwelche Autos, die sind jetzt nicht so stabil und dann gibt es die ganz stabilen Autos. Da weiß man, das eine Auto hat dann eher mal eine Reparatur notwendig und das andere, das hält dann sicherlich erstmal die ersten 100.000 Kilometer bombenfest so. Und so ist es auch bei uns Menschen. Also die einen haben einfach eine labilere Gesundheit und die anderen haben eine stabilere Gesundheit. Aber wir können natürlich auch die labileren Menschen oder irgendwo, die irgendwo mittendrin sind, mit einer gesunden Ernährung, gesunden Lebensweise ziemlich stabil halten. Und es sind die meisten, dazu gehören auch ich, ich bin auch nicht so stabil. Ja, und gerade die brauchen es ja. Genau, gerade die brauchen es. Diese Eichen im Wald, die kommen wahrscheinlich mit ganz vielen Umständen klar. Die brauchen nicht so viel. Die können, du hattest das angesprochen, also genetisch haben wir einfach verschiedene Blaupausen sozusagen, wie Enzyme funktionieren, wie Stoffe umgewandelt werden können. Und deswegen haben wir verschiedene Kapazitäten. Da kann sein, dass der Nachbar kann viermal, fünfmal, zehnmal so gut, weiß ich nicht, Beta-Carotin in Vitaminen, in Retinol umwandeln, wie der andere Nachbar. Und das sind massive Unterschiede. Und deswegen hat er vielleicht ein besseres Hautbild. Aber das heißt ja nicht, das heißt aber auch, dass genau derjenige, der halt genetisch erst mal nicht so gut dasteht, über die epigenetischen Faktoren, zum Beispiel durch Nährstoffe und natürlich durch andere Dinge auch, halt einfach etwas machen kann und es auch machen sollte, wenn ihm sein Leben lieb ist, sage ich jetzt mal. Ich kann auch mal ganz kurz zwei Beispiele nennen, wenn es einer, wie du gerade genannt hast, 50 bis 60, Dunkelziffer vielleicht noch weiter oben, der westlichen Bevölkerung haben einen Gendefekt im Umwandeln von Beta-Carotin in Vitamin A. Also der Grundstoff, der pflanzliche Grundstoff Beta-Carotin kann bei diesen Menschen nicht in Vitamin A umgewandelt werden, in das tierische Vitamin A, was wir brauchen. Und wenn es jemand sich also Vitamin A arm ernährt, wenn es sich auch legal oder sonst was ernährt, das ist ja völlig in Ordnung, aber die haben, und sage ich, es ist ganz viel Beta-Carotin, ganz viel Karotten zum Beispiel, da funktioniert es dann nicht. Und das kann man im Labor testen. Oder ein anderes Beispiel, gerade was auch sehr wichtig ist für Haut, Haare, Nägel, ist das Cystein, das ist eine Aminosäure, eine nicht essentielle Aminosäure, Cystein, schwefelhaltig. Und die ist die wichtigste Vorstufe für das Entgiftungssystem Glutation. Das entgiftet ja 80 Prozent unseres Körpers. Und viele haben da ein Problem im Glutationssystem genetisch. Das kann man im Labor testen, ganz genau. Da gibt es verschiedene Werte. Da kann man die Genetik testen, machen wir häufig. Und das sehen wir bei ganz vielen Menschen, dass die einfach in dem einen oder anderen Allel oder in der Genetik eben ein Problem haben. Und ja, dann wird es dann schon schwierig. Da müssen die halt dann vermehrt Cystein einnehmen zum Beispiel. Dann funktioniert das besser. Oder in der Vitamin-D-Genetik, die wir auch testen, die ist ganz wichtig. Da kennen Sie auch die wenigsten mit aus. Wir testen die Vitamin-D-Genetik. Und dann sehen wir, der hat ein Problem damit. Dann können wir hier eingreifen mit verschiedenen Maßnahmen, vermehrt Vitamin D, aber auch natürlich in der energetischen Medizin und so weiter. Da kann man dann doch einiges machen. Ja, genau. Cystein, ich habe ein Entgiftungsmittel. Ich halte es einfach mal in die Kamera. 360, whoops, da vorne ist es. Cleanse heißt das. Da ist zum Beispiel Cystein drin, aber auch die anderen beiden Aminosäuren, die es braucht, um Glutation zu bilden. Und viele Menschen eben, die jetzt, sage ich mal, unter Erschöpfung leiden, aber auch eben unter schlechter Haut und so weiter oder überhaupt chronischen Krankheiten haben oft halt eben solche Polymorphismen, nennt man das. Das heißt, gewisse Gendefekte, muss man es vielleicht auch nicht unbedingt als Defekt so pathologisieren, aber da funktionieren bestimmte Dinge schlechter. Und ich bin damit gesegnet. Ich habe also alles, was man haben kann an Gendefekten sozusagen, was Entgiftung angeht. Und deswegen stütze ich da meine Glutationsproduktion und stütze die Phase 2 der Leberentgiftung und so weiter. Und viele Menschen brauchen tatsächlich Hilfe dabei, und zwar quasi auf täglicher Basis. Und da kann der eine Veganer, dem geht es gut, und der hat eine tolle Gesundheit. Der nächste geht drauf bei dieser Ernährung, weil er zum Beispiel, und das ist nur ein Beispiel, eben diesen Gendefekt hat und Beta-Carotin nämlich eben nicht in Vitamin A umwandeln kann. Und das geht dann eine Weile lang gut. Und dann irgendwann, wenn wir dann noch über B12 reden, über Omega-3 und noch ein paar andere Dinge, dann kommt man irgendwann in so einen starken Mangel, der dann auch teilweise selbst mit Spritzen kaum noch korrigierbar wird. Ganz genau. Und das ist auch Omega-3, wir testen das einmal im Labor. Also Omega-3, massivste Defizite. Wir sehen auch genau, wie gut kann zum Beispiel ein Körper die Alphalinolensäure, also die zum Beispiel im Leinöl drin ist, die pflanzliche in eben die Ecosapentaen oder auch Docosahexaensäure umwandeln. Und die Docosahexaen wird nur ganz gering umgewandelt, warum ist wichtig für das Gehirn. Da muss man dann schon dann wenigstens mal zu Algen greifen, als Veganer, das muss man halt alles dann wissen. Oder gerade in dem Kellenz zum Beispiel habe ich ja auch gesehen, da ist auch Lecithin, Phosphatidylcholin drin, auch ganz wichtig für die Nerven und für die Zellmembran und Nervenzellenmembran. Brokkolie-Extrakt, Brokkolie kann helfen oder hilft dem Glutathionssystem. Löwenzahn hilft der Leber, Unterhauten wirkt noch antiviral, genauso wie Bärlauch, Knoblauch, Mariendistel und die ganzen Enzyme. Also das ist ja schon extrem wichtig. Und wir können, das darf ich jetzt mal hier ganz klar sagen, egal ob wir eine Genetik oder eine Epigenetik, wenn wir Glück haben allerdings als Therapeut oder als Betroffener, die Genetik wiederherstellen. Wir können die epigenetisch positiv beeinflussen. Und das habe ich im Labor schon mehrmals gesehen, dass zum Beispiel aus einem homozygoten genetischen Defekt, da sagt man homozygot dazu, wenn beide Allele nicht funktionieren, ein Heterozygote oder ein Wildtyp, also eine gesamte, komplette Heilung entstanden ist, durch die Therapie, die wir machen, durch Mikro-, Makronährstoffe, aber auch weitere aus der ganzheitlichen Medizin. Das ist eine tolle Sache. Wahnsinn, das wusste ich nicht. Da habe ich Laborergebnisse, da waren selbst die Laborärzte sprachlos, als ich die dann gezeigt habe. Und die haben gesagt, hey klar, es ist so geschehen. Und da hat Frau Prof. Michaela Döll, hat hier Bücher darüber geschrieben, kennst du, die hat da Bücher darüber geschrieben, die Gene sind nicht unser Schicksal zum Beispiel. Also wir können das wirklich beeinflussen. Okay, also dann Gentests quasi nochmal gemacht und dann kommt was anderes dabei raus. Ah, exakt. Und die sind genau, also ich habe natürlich mich da erkundigt, dann in den verschiedenen Laboratorien. Das habe ich bei ein paar Patienten tatsächlich gesehen, gerade mit Superoxid-Dismutase, gerade mit Glutathion-Peroxidase, Glutathion-System, S-Transferase und so weiter, die ganzen Geschichten. Echt erstaunlich. Und da gibt es aber noch viel weitere, die wir da untersuchen. In der Pharmako- und Toxicogenetik sagt man da. Und viele Menschen wissen ja auch gar nicht, dass sie zum Beispiel, ich schweife es gerade einmal kurz ab, aber dass sie zum Beispiel bestimmte Pharmakomedikamente, die sie vom Arzt verschrieben bekommen, vielleicht gar nicht vertragen, weil die Genetik nicht funktioniert. Das sollte eigentlich im Labor getestet werden vorher. Aber da habe ich auf YouTube übrigens ein paar Beiträge gebracht über Medikamente und da habe ich es genau erklärt. Okay, werde ich verlinken. Ja, also was sind so die wichtigsten Nährstoffe für das Bindegewebe, für die Haut? Was braucht man und was ist oft nicht da? Gerade die Aminosäuren sind hier natürlich extrem wichtig. Ja, und es ist auch gerade ein bisschen ein Hype und da möchte ich auch gar nichts dagegen sagen. Ganz im Gegenteil, dass man sich vegan ernährt. Da muss man schon schauen, dass man zu den bestimmten, wenigstens essentiellen Aminosäuren kommt. Und da gibt es, also empfehle ich wirklich allen meinen Patienten, einfach mal ein ordentliches Präparat, wo die entsprechenden Aminosäuren drin sind. Aminosäuren bauen dann Proteinstrukturen. Dazu gehört auch das Kollagen und so weiter. Und wenn es jemand zum Beispiel sagt, ja, ich erinnere mich komplett vegan, dann kann er natürlich auch mit Hyaluronsäuren, Vitamin C und so weiter und den entsprechenden Aminosäuren doch schon sehr viel erreichen. Ich empfehle meinen Patienten allerdings doch, ein Kollagen einzunehmen. Kollagen kommt jetzt nicht aus dem Ei oder aus der Milch, sondern es wird aus Fleisch hergestellt. So kann man sich das vorstellen. Und da sehen wir auch tatsächlich deutlich weniger Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Bei Milch und Eiern sehen wir ganz häufig Nahrungsmittelunverträglichkeiten, auch beim Gluten. Das testen wir nämlich auch im Labor. Also ich schwöre da auf ein gutes Kollagen tatsächlich, wer hier das Hautbild verbessern möchte, plus eben noch weitere Aminosäuren, wie zum Beispiel, ja, welche denn? Was ist denn für die Leber wichtig? Die Leber ist unsere Zeitmaschine, in unseres Körpers, da ist das Carnitin wichtig. Das Carnitin, das L-Carnitin. Und dann sind die verzweigkettigen Aminosäuren, die BCAAs wichtig, wie Valin, Leuzin, Isoleuzin. Dann ist wichtig das Phenylalanin zum Beispiel als Vorschufe für die ganzen Nebennierenhormone, wie jetzt zum Beispiel Dramin und Nebennieren-Rind-Hormone oder Adrenalin. Ja, wenn wir diese Begriffe nicht sagen, also das sind die essentiellen Aminosäuren. Genau, die gibt es sehr wichtig. Ja. Und ich habe es ja vorhin gezeigt, da haben wir ganz häufig Mangel. Auch Tryptophan, das Vorschrifft vom Serotonin und vom Melatonin. Melatonin ist ja das Anti-Aging-Ding, paar Exelors, da haben ja viele schon Mangel. Das kann man auch im Nachtspeichel sogar testen im Labor. Und dann haben wir, wie gesagt, man kann auch das Kollagen selbst nochmal nehmen, weil das baut sich dann sehr gut ein. Da hat der Körper schon das, was er braucht. Das funktioniert tatsächlich. Und Hyaluronsäure kann man auch einnehmen. Wobei das Kollagen wird ja auch nochmal zurückgebrochen. Das wird nochmal zurückgebrochen. Genau. Das wird nochmal in Peptide, das sind so drei, vier Aminosäuren nacheinander. Proteine sind dann nochmal länger, nochmal mehr Aminosäuren. Das wird nochmal zurückgebaut. Und diese ganzen Umwandlungsprozesse, mal so ganz generell gesprochen, jeder Umwandlungsprozess, und der Körper ist ein Wunderwerk, sonst wären wir auch schon alle tot, weil wir ständig, wenn wir irgendwas nicht hätten, sofort umfallen würden. Wir können also ständig irgendwas umwandeln, aber das kostet Energie, beziehungsweise kostet das immer die sogenannten Co-Faktoren. Und so ein paar Klassiker in den Co-Faktoren sind so Dinge wie Zink, bestimmte B-Vitamine, B6, B12, Selen, vielleicht nicht ganz so wichtig, aber Magnesium, das sind Dinge, die ständig verbraucht werden, für alles Mögliche. Und gerade wenn man solche Gendefekte in Anführungsstrichen hat, werden die, zum Beispiel, Paradebeispiels, die HPU, dass man halt Zinkmangan und B6 massiv verliert, habe ich natürlich auch. Und so, das heißt, wir brauchen auch für die Kollagensynthese brauchen wir jetzt einen reichhaltigen Fundus, meiner Meinung nach, korrigiere mich, wenn ich was falsch sage, einen reichhaltigen Fundus von eben diesen Co-Faktoren. Und wenn ich auf der anderen Seite A, schon zu wenig davon habe, B, Gendefekte habe, die mich Co-Faktoren kosten, dann kann der Körper, dann ist Kollagensynthese einfach nicht mehr Priorität. Ja, so, das heißt, irgendwo, wenn ich eine Werkstatt habe und ich sage, okay, ich habe nur ein paar Einzelteile und ich muss jetzt, soll jetzt 30 Autos zusammenbauen, was ist denn jetzt hier Priorität? Ja, weiß ich nicht, der, der am meisten zahlt oder irgendwo, ich kann da nur noch ein Auto zusammenbauen, die anderen gehen nicht. Genau, das ist das große Problem und so Körper holt er immer das Beste raus und das Fazit ist dann auch häufig ein Erschöpfungssyndrom und wie Kollege Dr. Bodo Kuglinski neulich mal auf einem Seminar meinte, die vegetieren nur noch vor sich hin, die leben gar nicht mehr, weil der Körper zentralisiert sich dann und konzentriert sich auf das Herz, auf die Leber, auf das Gehirn, dass hier noch Energie drin ist und der Rest macht schlapp. Das kennen wir auch, wenn wir eine Erkältung haben und im Bett liegen mit Fieber. Und dann ist es nochmal so, auch mit dem Kollagen nochmal, das hast du sehr schön erklärt, vielleicht kann ich noch eins hinzufügen, also wir testen ja bei fast oder eigentlich bei jedem Patienten Nahrungsmittelunverträglichkeiten, das heißt, das Immunsystem reagiert auf bestimmte Proteinstrukturen, die wir essen. Das kann das Gluten sein, das ist die Proteinstruktur oder das Casein, das ist die Milchproteinstruktur, das Ei, Eiweiß, aber auch das Fleisch- oder das Fischeiweiß oder auch das Eiweiß der Walnuss, der Cashewkerne oder Hülsenfrüchte, Soja und so weiter. Und da habe ich aber Zehntausende von Laborergebnissen gesehen und es ist ganz klar, dass auf Gluten, Milch und Eier, das sind ganz hochallergene Geschichten, wo sich sehr schnell eine Immunität entwickelt, weil unser System, unser Immunsystem, wenn es sieht, da kommt andauernd wieder was von dem Gluten, dass irgendwann hat es, ich sage es mal auf gut Deutsch, die Schnauze voll und attackiert das, weil das sind sehr, das sind Proteinstrukturen, die kann der Körper nicht so leicht auseinandernehmen in seine einzelnen Aminosäuren. Das sind sehr schwerverdauliche Proteine, um das mal auf Deutsch zu sagen. Und gerade mit Fleisch und Fisch habe ich so gut wie noch nie, also selten, solche Unverträglichkeiten gesehen. Und das Kollagen gehört in diese Kategorie hinein, das wird sehr gut vertragen. Und das kann der Körper sehr gut aufnehmen. Also so viel mal dazu. Tut mir leid, wenn ich mich jetzt da ein bisschen die Veganer sich angegriffen fühlen. Meine Frau ist auch rein vegan. Also es ist kein Ding, ich erkläre es nur ganz objektiv. Ja, ich rate auch Veganern, tatsächlich, also das wird nicht alle machen, aber ein paar Dinge aus dem Tierreich zu sich zu nehmen und ihren Lifestyle von mir so beizubehalten. Aber dazu gehören für mich so Dinge, auch wie eben Kollagen. Es gibt kein pflanzliches Kollagen. Ich weiß, das wird mittlerweile so vermarktet. Das gibt es nicht. Das ist Quatsch. Und weil Kollagen natürlich, also ein Bestandteil zum Beispiel ist L-Glutamin und das ist einfach darmheilend. So, und wir haben ja, du hast ja auch am Anfang schon mal erwähnt, dass die tollen Nährstoffe nützen ja nicht viel, wenn man in der Darmschleimhaut entzündet ist, Leaky Gut hat, das Immunsystem auf alles sozusagen mit Entzündung reagiert und so weiter. Also das muss man ja immer alles von verschiedenen Seiten aus betrachten. Aber der Darm ist natürlich wichtig und Kollagen ist hier zum Beispiel, also nicht nur als Baustoff für das Bindegewebe, auch das, der Darm hat ja ein Gewebe sozusagen und der braucht halt eben auch eben dieses Kollagen und es ist halt etwas, der Darm heilend. Genau, der Kollagen ist auch Darm heilend. Du hast es Glutamin genannt, du hast es Glucin, kann man nennen, diese ganzen Glyphosate, die mit denen gespritzt wird, also das ist ja sogar erlaubt. Das ist ein Wahnsinn. Da ist Glucin wiederum extrem wichtig, auch für diese Geschichten, auch im Darm und so weiter. Glyphosatentgiftung. Ja, die Aminosäuren sind Bausteine unseres Lebens. Ganz einfach. Und wir sehen hier eben immer mehr, immer häufiger in den letzten Jahren, Mängel, Mängel, Mängel. Auch schon bei jungen Leuten. Durch falsche Ernährung, durch Darmproblematiken und eben auch durch die ganzen Mikronährstoffmängel, weil Mikronährstoffe, wie du schon genannt hast, Aminosäuren brauchen, Mikronährstoffe, um zu Proteine wieder zusammengebaut zu werden im Körper. Das ist ganz klar. Ja, deswegen greifen. Kollagen ist ja sehr in Mode geraten. Wie gesagt, ich bin auf der einen Seite Fan, auf der anderen Seite greift es zu kurz, meiner Meinung nach, einfach Kollagen zu geben. Ich würde ja auch nicht nur Knochenbrühe trinken, sondern ich habe ja auch noch eine andere Ernährung dazu. Das heißt, da kommen die Co-Faktoren, also wenn es über die reine Ernährung gehen wird, natürlich von einer anderen Quelle dazu. Das ist ein Gesamtkonzert sozusagen. Und sowas muss ich dann in einem Supplement meiner Meinung nach auch abbilden, wie eine möglichst ursprüngliche Ernährung denn eigentlich aussehen würde. und wo diese ganzen auch diese Bestandteile, da kommen wir noch vielleicht gleich drauf, auf Schwefel, bestimmte Schwefelmoleküle und so weiter, Silizium, solche Dinge dann eben halt auch vorkommen. Ja, genau. Und es ist auch extrem wichtig, bitte gerade auch beim Kollagen auf die Qualität zu achten. Ich habe das immer mal wieder ausprobiert, meine eigene Erfahrung, auch mit meinen Patienten, dass Kollagen nicht vertragen wurde, weil es billigst hergestellt wird. Man darf dort und dort Kollagen draufschreiben. Und das ist dann schon wichtig, dass es eine gute Quelle ist, ein guter Rohstoff oder sogar ein Kollagenhydrolysat. Das ist ein hydrolysiertes Kollagen, also quasi ein Ist. Man kann auch sagen, die Steigerung eines isolierten Kollagens, das ist dann noch leichter bioverfügbar. Das ist natürlich der absolute Top-Teil. Wenn man ein Kollagenhydrolysat hat, ich glaube, da bist du auch bewandert drin, in dem Ganzen. Ja, es ist ja kein Geheimnis. Ich habe selber ein Produkt gerade rausgebracht, da ist Kollagenhydrolysat drin und da sind viele Dinge drin, über die wir gerade sprechen. Das ist auch kein Zufall, weil es einfach Dinge sind, die ich seit Jahren empfehle und ich wollte sie einfach mal wirklich kompakt zusammenpacken. Viele meiner Zuschauer haben Proteinmangel beispielsweise und deswegen ist das quasi ein Shake als erst mal veganes Protein sozusagen mit essentiellen Aminosäuren drin, aber dann zusätzlich mit Kollagen, was ja auch wieder ein Aminosäuren-Mix ist sozusagen, aber aus der Natur. Da ist Hyaluronsäure drin, da ist Silizium drin, Eierschalenmembran. Hast du da Erfahrung mit? Das ist ein faszinierender Stoff, finde ich. Da habe ich schon vor über zehn Jahren meinen Patienten verschrieben. Da gab es damals nur ein einziges Produkt, ich nenne jetzt keinen Namen, aber das habe ich tatsächlich sofort aufgenommen. Finde ich klasse. Ja, das ist die Membran tatsächlich aus dem Ei. Das ist wieder so ein Beispiel für, wo ich eben schon angefangen, angesetzt habe für die Veganer. Naja, vielleicht willst du keine Eier essen, aber wir haben jetzt Biotin hier drin und wir haben die Eierschalenmembran drin. Die Eierschalenmembranen sind zum Beispiel sehr, sehr stark knorpelaufbauend, ist wirklich auch mit Studien belegt und so weiter. Die guten Dinge aus dem Tierreich nehmen. Und Kollagen wird aus dem Rest des Tieres gemacht sozusagen. Also das heißt, das ist quasi wie ein Abfallprodukt von der Fleischproduktion. Das heißt, da stirbt kein Tier deswegen. Da gibt es genug sozusagen von. Das gibt es auch aus Marienquellen. Da ist es das Gleiche. Dann ist es quasi aus der Haut. Wenn man viele Fische essen würde, was heute leider keine gute Idee ist und man würde sie komplett mit Haut und Haaren sozusagen essen, so wie das Naturvölker eher machen oder auch in Südamerika habe ich das ganz oft gesehen. Also wirklich mit Augen und Haut und allem Pipapo. Alles wird abgenagt. Auch in Asien wird alles abgenagt. Knorpel an den Hühnchen und so weiter. Das machen wir nicht mehr. Das sind aber traditionelle Quellen. Und als Veganer habe ich ja sowieso keine Chance. Also warum nicht diese Dinge nehmen, die mehr oder weniger als Abfallproduktion oder als was übrig bleibt und hier wirklich ganz wichtige Stoffe einfach zu sich nehmen. Da tut man sich, glaube ich, wirklich einen richtig guten Gefallen mit. Genau, da kann man dann wirklich mit solchen guten, wirklich hochqualitativen Mikronährstoff oder Nährstoffprodukten, das sind ja nicht nur Mikro- und Makronährstoffe, also Nährstoffreparaten, welche Ausgleichen. Und wir sehen eben einen massiven Mangel, der immer stärker wird an diesen ganzen Mikro- und Makronährstoffen aus dem Grund, weil die Umwelt immer toxischer belastet ist und es immer mehr industriell verarbeitete, hochprozessierte Nahrungsmittel gibt auf dem Markt. Und die Leute das dann dummerweise auch essen und auch die falsche Zusammenstellung, die Fettsäuren, da fehlen die Omega-3-Fette, da fährt das Lecetin, was du gesagt hast. Es fehlt sogar häufig ein gutes Cholesterin, das kann man auch ganz bis ins Detail im Labor testen. Und natürlich Selen, Zink, Kupfer, Magnesium, Vitamin C, Vitamin K2, Biotin und Vitamin D3. Aber durch die Bank zu mindestens 80% meiner Patienten werden die nichts zusätzliches einnehmen. Es ist traurig, aber wahr, haben die einen Mangel im Labor. Es ist traurig, aber wahr. Und wenn man es dann substituiert mit einem guten Produkt, muss man gar nicht so hochdosiertes einnehmen, dann sieht es im nächsten Labor, ein halbes Jahr später vielleicht, schon deutlich besser aus. Und die Patienten sagen mir, geht es auch besser? Ich höre häufig, meine Haare sind besser geworden, meine Haut ist besser geworden, meine Augen sind strahlender und ich bin weniger erkältet. Das höre ich häufig. Ja, vielleicht auch Thema Schwefel. Ich habe mich entschieden für Chondroitin-Sulfat, sozusagen Chondroitin und Glucosamin. Das hat geschmackliche Gründe. MSM gibt es auch, finde ich auch toll. Schmeckt aber zum Steinerweichen und Diaminosäuren sowieso schon. Also da muss man natürlich schauen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Kannst du zu diesen beiden Substanzen was sagen und warum überhaupt Schwefel und was hat das mit dem Bindegewebe zu tun? Ja gut, es gibt ganz viele verschiedene schwefelhaltige Substanzen. Und ich sage immer zu meinen Patienten jetzt, gut, okay, wir gucken mal, dass wir zwei oder drei verschiedene wenigstens mit reinbringen. Man kann einen ganz normalen organischen Schwefel mit reinbringen. Man kann sogar, wenn es einer sagt, ich möchte es natürlich machen, das ist wieder für die Leute mit Ernährungsmedizin, man kann Knoblauch und Zwiebeln essen, da ist auch viel Schwefel drin. Wenn man es verträgt. Genau, wenn man es verträgt, die meisten vertragen. Ich vertrage es nämlich leider nicht. Also Knoblauch, ich liebe Knoblauch vom Geschmack her, aber mein Darm ist da gar nicht happy drüber. Ja, das kenne ich von vielen meiner Patienten. Da muss man halt dann auswählen. Kondroindinsulfat oder Glucosaminsulfat, das hört man im Wort schon, Sulfat, das ist Schwefel drin. Man kann MSM einnehmen, das ist schon gesagt, das schmeckt furchtbar. Das empfehle ich dann meistens auch in Kapselform, dass man es nicht, ich bin da hart im Nehmen, ich nehme das auch mal so als Pulver. Ja, ich auch. Die Alpha-Liponsäure, da sind zwei Schwefelgruppen sogar drin, zwei SH-Gruppen, das ist eine ganz tolle Substanz, die wirkt auch schön im Gehirn. Man kann Cystein, natürlich habe ich vorhin schon erwähnt, Methionin als Vorstufe, also die schwefelhaltigen Aminosäuren. Wenn man zum Beispiel eine Cystein-Ampulle aufmacht, die kann man ja auch spritzen, die kann man also in die Infusionen geben und die aufmacht oder eine Glutation-Ampulle. Das riecht nach faulen Eiern ohne Ende, da haut es einen fast um. Aber so, das ist Schwefel. Und das ist halt schon extrem wichtig. Schwefel bindet, Schwefel bindet, Schwermetalle und auch weitere Umweltgifte. Schwefel ist ganz wichtig für die Leber und für den Darm auch. Und ich habe den Schwefel eigentlich kennengelernt schon vor weit über 30 Jahren in Form von homöopathischem Schwefel, also Sulfur. Das hat mir unheimlich geholfen, als ich damals immer wieder schlimme Erkältungen hatte und Antibiotika essen musste. Das hat mir so geholfen, dass meine ständigen Mandelentzündungen sind weggegangen, allein durch Sulfur. Und wenn ich damals schon mehr gewusst hätte und einen ganzheitlichen Arzt gehabt hätte, der gesagt hätte, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Schwefel dazu, zum Beispiel die Alphaliponsäure oder von mir auch irgendein anderes schwefelhaltiges Produkt. Das wäre toll gewesen. DMSO kann man nennen, DMSA kann man nennen, EDTA. Es gibt so viele schwefelhaltige Produkte, bis hin zu Karl Probst, der sogar den anorganischen Schwefel empfiehlt, habe ich auch schon mit meinen Patienten gemacht. Also es ist ein weites Feld. Aber was ich damit sagen möchte, zum Beispiel, wenn Chondroidinsulfat zum Beispiel gut vertragen wird und Glucosaminzulfat, da habe ich auch ein Video gemacht auf unserem YouTube-Kanal drüber und habe es genau erklärt, wie das wirkt, dann ist es doch super, dann hat man wenigstens mal einen Schwefel. Also entscheidet euch für irgendetwas und nehmt etwas ein. Wir sind alle auch in einem Schwefelmangel. Das ist mal ganz salopp zu sagen. Und Patienten von mir sagen, seit ich ihnen hochdosierten Schwefel gebe, ich gebe manchmal Rheumatikern sogar höchstdosiertes MSM, 10, 15 Gramm pro Tag, die sagen, meine Haut ist so viel besser geworden. Toll, zusätzlich. Und die Schmerzen sind auch weggegangen. Oder DMSO. Das sind natürlich dann hochpotente Schwefelgeschichten, die auch nicht gut schmecken. Man riecht aber manchmal nicht gut dann. Aber was tut man nicht? Bei DMSO ganz schlimm. Ich habe ein über dreistündiges Interview mit dem leider jetzt verstorbenen Dr. Frank Liebke gemacht, zum Thema MSM. Und da ging es auch um, ich glaube, Sulfurisierung hat er das immer genannt. Also auch als Strukturelement sozusagen, was auch dem Körper Stabilität und Flexibilität gibt. Du hattest aber auch am Anfang schon mal gesagt, dass auch Zellulite und solche Effekte auch etwas mit Verschlackung zu tun haben. Dass sich einfach toxische Stoffe hier ablagern. Und auch da spielen jetzt halt eben diese Schwefelstoffe halt auch eben eine Rolle, generell einfach Entgiften. Das heißt, Entgiftung und Aufbau von Strukturen und natürlich das Vorhandensein von diesen ganzen Kurfaktoren, das sind Dinge, die spielen, die gehen wir von zwei Seiten sozusagen ran. Es nützt nichts, wenn ich alle Baustoffe habe, aber letzten Endes, wenn ich nicht irgendeine Schlackengrube habe und dann schmeiße ich da ganz viele Fenster und Steine rein, dann wird da immer noch kein Haus draus. Dann muss ich den Sumpf erst mal trockenlegen und schauen, dass ich hier wieder ein vernünftiges Fundament reinbekomme. Also so, beides ist wichtig. Deinen Darm aufbauen. Und das sind alles Dinge, die ineinander greifen. Es fängt alles miteinander zusammen. Und das ist ja auch so, ich meine, gerade in der herkömmlichen Schulmedizin, wenn man es mit einem knallharten Schulmediziner spricht, ich kenne da auch einige, auch in meinem Freundeskreis, die sagen, Schlacken gibt es nicht. Gibt es nicht. Weil doch, das Bindegewebe oder das extrazelluläre Gewebe oder Fishing-Raum, wie man es auch nennen, der ist bei den meisten verschlackt und übersäuert. Und ein guter Freund von mir, Onkologe, also Krebsmediziner, der erzählt immer in seinen Seminaren, das sind wie die Straßen in der Stadt. Und wenn da diese ganzen Giftstoffe drin hängen zwischen den Blutgefäßen und den Zellen, dann können auch die Makrophagen, das sind dann die Polizisten, nicht mehr richtig patrouillieren, wie wenn die Straßen gestopft wären. Und da kann die Polizei hundertmal Tatütataten machen, die Straßen sind so dicht mit den Autos oder vielleicht sind noch Unfälle dabei oder randalierende Menschenmengen oder Demonstrationen. So kann man sich das vorstellen, da kommt dann keine Polizei mehr durch. Und da haben natürlich auch Krankheitserreger alle Chancen. Und irgendwann dringen diese Giftstoffe, oder auch die Übersäuerung und so weiter, auch durch die Zellmembran in die Zellen ein. Und dann haben wir die Quecksilberbelastung oder Ähnliches in den Zellen drin. Die Mitochondrien werden angegriffen. Wir verlieren dann Energie. Die Zellen übersäuern, verändern ihr Milieu. Und die Türen werden weit aufgemacht in die Krankheit, auch in die Krebskrankheit. Ganz weit werden die aufgemacht. Durch diese Prozesse im Laufe von vielen Jahren. Und deswegen ist der Schwefel unter anderem so wichtig. Dieser besagte Kollege von mir, der gibt sogar DMSO als Infusionslösungen. Der macht das mit DMSO. Ja, danach riecht man allerdings wirklich ganz entzückend. Also da sollte man sich... Da riecht man super danach. Er sagt auch, er macht es immer nur am Ende von der Praxis, dann so eine Infusion, weil die ganze Praxis steht dann danach. Er gibt auch viel Alpha-Liponsäure-Infusion. Wir geben viel EDTA-Infusion. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, Zusammenfassung. Bindegewebe ist wirklich essentiell für die Versorgung der Zellen, für die Entsorgung der Zellen, für die Entgiftung. Das ist, du hast gesagt, die Straßen, wenn die nicht frei sind, dann können die Häuser nicht gut versorgt werden. Wenn alles, keine Ahnung, vier, fünf Meter Schnee wäre zum Beispiel, dann geht es einfach nicht weiter. Das heißt, hier hängt jede einzelne Zelle dran. Und das heißt auch jedes einzelne Organ, jedes einzelne Kompatiment, letzten Endes sind dann auch die Knochen betroffen, der ganze Körper ist davon betroffen. Das ist ein ganz wichtiger Teil, der nicht irgendwie so das Drumherum ist, sondern wirklich vielleicht sogar noch wichtiger ist als... Basis. Es ist die absolute Basis. Wenn wir ein Haus bauen wollen, bitte nicht auf Sand, das sagt der Glaube schon Jesus, sondern auf Stein, sonst rutscht es beim ersten Sturm weg. und ich sage immer zu meinen Patienten, egal was sie aufbauen möchten, ob es jetzt ihre Gesundheit ist, ob sie einen Unfall haben oder eine Erkrankung und in die Chirurgie müssen und operiert werden müssen, ob sie Medikamente einnehmen, die sie dann auch vielleicht brauchen, oder ob sie ihr Bankkonto füllen möchten oder ihren Liebsten näher sein möchten. Sie brauchen Gesundheit. Und es ist egal für was, ob wir die Naturheilkunde aufbauen möchten oder die Schulmedizin auf dem Ganzen, wir brauchen immer ein stabiles Fundament. Und das Fundament ist nun mal hier ganz einfach im materiellen Bereich hier die Biochemie und die Physiologie und es ist genau das, über was wir gerade sprechen hier. Ganz wichtig. Bei absoluter Basis. Wir sprechen über Gesundheit und das Bindegewebe ist sozusagen ein Resultat daraus oder ist eine Basis dafür, der Sockel sozusagen und worüber wir eigentlich sprechen, ist Gesundheit und dass wir dann das auch sehen können. Das ist ein freudlicher Nebeneffekt davon, dass man plötzlich nicht nur so eine Millimeter dünne Haut hat, sondern da wirklich Substanz ist, dass man das wieder schnackt hier sozusagen, dass es nicht mehr hängt unter den Armen nicht. Blaue Flecken. Ja, blaue Flecken zum Beispiel. Das hat meine Freundin zum Beispiel beobachtet, wo sie angefangen hat, A, Kofaktoren zuzuführen und B, halt eben mit Knochenbrühe zu arbeiten, dass sie praktisch keine blauen Flecken mehr bekommt. Wenn sie das früher, da musste man sie nur anschauen. Genau. Das sind alles so Zeichen hierfür. Oder vielleicht auch Blutergüsse, wenn man sich, sagen wir mal, ein bisschen Blut abnimmt oder weiß Gott. Das sind alles so Zeichen dafür. Besenreißer, Krampfadern. Das sind alles Strukturprobleme. Mikrozukulation eingeschränkt. Klar, da können wir über Bewegung reden, können wir über Ernährung sprechen. Soweit wollen wir heute nicht mehr gehen. Das ist am Ende unserer Zeit schon überschritten. Aber das sind trotzdem alles Dinge, wo es auch an Strukturbausteinen fehlt und wo es auch wieder nicht die Priorität des Körpers am Ende ist, hier jetzt anzusetzen, weil er ganz andere Baustellen hat. Das darf man nicht vergessen, dass der Körper andere Baustellen hat, die eine höhere Priorität haben. Und deswegen diese sichtbaren Systeme, wie gesagt, das ist ja nur der äußere Anschein von dem, was dann im Inneren los ist. Das ist ja, das umgibt unsere Organe, das versorgt jede Zelle unseres Körpers und wir sehen es halt im Außen. Das ist das Schöne daran, meiner Meinung nach, sodass man auch so eine Idee davon bekommen kann, ohne mal ein riesengroßes Labor zu machen. Genau. Das sind auch alles lebenswichtige Substanzen. Und wenn man das in so Kombipräparaten einnimmt, wie du es genannt hast, dann ist das natürlich eine tolle Sache, weil da kann man es auch nicht überdosieren. Viele meiner Patienten jedenfalls haben Angst vor einer Überdosierung von Mikronährstoffen oder Makronährstoffen. Aber sie haben keine Angst, wenn ein herkömmlicher Arzt ihnen das zum Beispiel mit Cholesterinsenkern und Antidepressiv umverschreibt. Also viele, nicht alle natürlich gar. Das ist ein Denkfehler. Also soll man immer die Nebenwirkungen des vielleicht wirklich notwendigen pharmakologischen Medikaments durchlesen. Aber für den Mikronährstoffen, das sind Nährstoffe, auch bei keiner Angst haben. Aber dann zum hier industriell verarbeitete Nahrung essen und wer weiß, was da für Zusatzstoffe drin ist, vor sowas kann man dann Angst haben. Aber für solchen reinen Kombinations-Mikronährstoff- und Makronährstoffpräparaten ist doch super. Da tut man sich nur was Gutes. Also ich freue mich da immer, wenn ich sowas einnehme, ganz klar. Ja, und meiner Meinung nach kommt es halt darauf an, wirklich, also bei einem Multi-Nährstoff-Präparat, so wie ich sie baue, dass halt alle Kofaktoren da sind. Weil sonst macht es, sonst habe ich, wenn ich ein Auto bauen will, dann brauche ich, sagen wir mal, ich will 100 Autos bauen und ich habe 100 Chassis, 100 Motoren, aber nur 25 Lenkräder. Wie viele Autos kann ich dann bauen? Genau, exakt. 25. Es bringt nichts, wenn ich was Tolles liefere und aber alles, was ich dafür brauche, um das umzubauen und so weiter, also eben diese ganzen Kofaktoren einfach nicht zugegen sind. Genau, exakt. So sieht es aus. Und deswegen kann es auch jeder mal einnehmen, das tut jedem gut aus. Ich habe ja durchaus gute Erfahrungen gemacht. Ganz klar, ganz klar. Und nochmals, ich sage es, es ist einfach auch hier, ist meine Aufgabe, meine Erfahrung, Hände weg von Billig-Mikro-Nährstoff-Präparaten. Dann lieber nur die Hälfte von einem hochqualitativen Präparat nehmen, da hat man einen deutlich höheren Nutzen davon als von Billigzeug und das ist dann auch noch günstiger. Das wäre dann eine Milchmädchenrechnung. Das darf ich hier noch anfügen. Ja, du hattest mir das privat schon, wenn wir uns keine Firmen nennen, aber du hast mir privat schon mal gesagt, dass du testest und siehst dann, dass bei besonders günstigen Anbietern, die auch recht populär sind, dass dann keine Ergebnisse da sind. Ich sehe es im Labor. Wir sehen es im Labor und zwar schon seit vielen Jahren. Und ich weiß ganz genau, was die Leute einnehmen. Ich frage sie auch immer und wir tauschen uns aus. Wir machen für lange Gespräche. Und es ist schon interessant, was ich da für Erfahrungen machen durfte. Bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber hoppla, hoppla, also da muss man auch schauen. Bitte, also bitte lieber ein bisschen wenig von einem hochqualitativen einnehmen. Da haben wir sicherlich einen höheren Nutzen davon. Ja. So, dass es vom Preis her dann sogar noch günstiger wird. Ganz klar. Lieber Karl, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dein Kanal heißt Kamananda. Ich werde deine Webseite verlinken, wo man deine Praxis findet, deine Ästhetikpraxis, deinen YouTube-Kanal. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, unsere Online-Seite eben. Da haben wir auch Online-Angebote, Online-Kurse, auch eine Online-Akademie und die ganzen Themen auch, wo wir sehr in die Tiefe gehen. Könnt ihr auch mal drauf schauen. Ja. Auch Ausbildung für Heilpraktiker, Mediziner. Genau. Für Therapeuten, auch im ganzen medizinischen Bereich. Gerade auch die ganze Labordiagnostik. Haben wir gerade eine ganz intensive Webinar-Reihe. Die geht sehr, sehr in die Tiefe. Die läuft gerade und so weiter. Wunderbar. Vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag in der Toskana. Mach's gut. Ciao.